Moin, hier bin ich wieder, der Johnny. Ich mach mein nächstes Pacific Hawk Let's Play. Letztes war das ja leider so gelackt. Da war mir die Festplatte so voll. Ja. Und jetzt will ich es besser machen. Jetzt hoffe ich, klappt es. Ich denke, ich bin, ja, ich bin eigentlich zuversichtlich, dass es klappt. Hier wieder drei Raketen. Ja, passt. So, dann geht's weiter. Hier kommt auch schon der nächste. Da kommen jetzt auch noch ein paar her. Okay, meine Güte, meine Güte. Die ballern hier ja überall. Wo ist denn der? Wo ist denn der überhaupt? Ah, da. Okay. Okay, okay. Oh, da ist ja immer noch einer. Wo sind denn die alle? Hä, hast du nicht gesehen? Ich weiß gar nicht, wo die alle sind. Anscheinend ja irgendwo hier. Ach, da ist so ein Typ, der Frecken. Ach, da ist so ein Typ, der Frecken. So ein ganz Loller. Oh, komm, den killen wir. Den killen wir auf fieseste Weise. Äh, U-Boote. Dreckig. Geht gar nicht. Erstmal Abstand kriegen. Wow, chill. Hab ich getroffen? Nein, hab ich nicht. Komm. Jetzt aber. Oh nein, ich hab den Typen doch jetzt nicht mit so einer Rakete abgeballert. Das kann doch nicht angehen. Das ist das Wichtigste, was ich hab. Und ich baller den mit so einem Ding ab. Das kann ja wohl nicht angehen. Ich krieg ein zu viel. Mädels, ich krieg echt ein zu viel. Also, letztes Mal hat diese Mission ja so gebackt. Und diesmal müssen wir das besser machen. Weil das war letztes Mal echt ziemlich fail. Ja, und wir machen das jetzt einfach mal besser. Also, viel besser. Weil das ging einfach nicht letztes Mal. Muss man einfach so sagen. Und dann. Das war ein Fehler. Okay, was ist jetzt mein Auftrag? Wir hatten das. Höh. Da müssen wir mal gucken. Das können wir hier so kaputt machen. Das können wir hier alles kaputt machen. Kaputt machen, kaputt machen. Ich kann sogar Bäume kaputt machen. Mach kleiner, was auf der Ende geht doch. Okay, will nicht. War das zwei? Nein, das war nur eine. Wir treffen hier gar nicht. Gucken, trifft der. Bäm. Ja. Oder das Boot mit. Oh, schade. Was ist das? Oh, ein Kram. Können wir den umfliegen? Dann müssen wir den halt umballern. Geht doch. Okay. Ich würde sagen, es ist schon so ziemlich klein Holz. Hier können wir doch. Was gibt's noch? Da ist noch ein Haus. Oh, das ist gar kein Haus. Oder doch. Ah, war ein Hang da. Haus. Und man sieht gar nichts mehr. Und komm. Und komm. Pass doch. Oh, bei mir klingelt es gerade. Ich muss jetzt mal irgendjemand anders rangehen. Naja, egal. Wir schaffen das. Oh, wow, wow, wow. Okay, ähm. Ich kann euch gerade bei dieser Mission echt nicht weiterhelfen. Ich muss das echt mal ihm selbst testen. Ich habe keine Ahnung, was von uns. Ich bin hier schon einmal hängen geblieben. Habe jetzt null Raketen. Ziemlich arm. Ähm. Naja. Ich würde sagen, wir kacken hier mal. Und wenn ich bessere Sachen rauskriegt habe, wie diese Mission funktioniert, sehen wir uns wieder. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bye.